Ein Hallo an die Herren da draußen, wenn du an sensiblen Füßen leidest, halux valgus, empfindlicher Seenballen und nicht auf einen schönen stylischen Klassiker verzichten möchtest, bist du bei mir jetzt genau richtig. Denn Schnürscher Miles, der Marke Luibane Samino, ist ja mit einer extra Portion Komfort ausgestattet worden für dich. Den bekommst du in der Farbe schwarz und braun und das Obermaterial bei Miles ist schon mal aus weichem Lammleder und das Leder schminkt sich ja schon mal fein und deinen Fuß. Und innen, am ganzen Vorfuß herum, ist der gefüttert mit unserem weichen Desamino Stretch Textil, also das entlastet deine sensible Füße, nimmt deinen Druck an den Stellen, wo du empfindlich bist und der ist auch nahtlos gefärbt, dass dir da was Druck ist, gewinnt. Der ist in der weite Haar geschnitten, von der Zehenspitze bis zur Ferse, hohe oder runde Spitzenform, so finden auch festere Füße ihren Platz und dein Fuß hat genügend Spielraum. Und dank der halben Nummern ist nochmal für die beste Passform obendrein gesorgt. Und noch ein Pluspunkt, das Fußwert kannst du gegen deine orthopädische Einlage gerne tauschen, aber auch auf unserem Lederüberzogenen Fußbett stehst du sehr weich und komfortabel. Mit der 2 cm hohen D-R-Leitzohle bist du nicht nur größer, sondern läufst auch sehr leise. Also wir bei Desamino freuen uns sehr, denn Miles hat die beste Bewertung bekommen von euch. Viel Freude beim Stöbern, eure Bicke. Saftgehen. Vielen Dank.